Wir sind am Garlose. Ein Rieb am zweiten Tag. Mit Haxen aus Beton und einen Arsch wie ein Kohlen. Genau, das sind wir jetzt heute mit unserer Conway Bike. Genau, mit E-Support. Wir probieren es einmal aus. Mit 1.600 m in den Rädern kommen wir aus den Radl. 500 Wh Akku. Wir werden Eco Trail Modus fahren. Und schauen wir uns das Ganze auf den Reilsberg aus. Bleibt es dabei, schaut es auf die Suche. Genau, bauen wir eine. Geht hier relativ einfach. Zack und drin ist es. Perfekt. Los geht's, schauen wir mal was herrücken. Ja, genau. Wir sind in Richtung Limone. Genau. Die Monale Strasse ist gespart bis Mitte April. Aber jetzt fährt sie trotzdem mega wie ein normales Bike. Das ist echt. Ich glaube man merkt, über den Nutren ein bisschen mehr Wasser. Aber siehst du, wenn du jetzt erst aus der Galerie durch. Und dann müssen wir die Rail laufen. Monale Hotel. Genau. Jetzt sind wir beim Auffischieren mit der Wog Funktion. Ich bin echt super. Geht mega. Mit einer Hand. Krass, ja. Mit einer Hand. Krass, ja. Problem. Und jetzt geht's jetzt auch auf. Ähero. super, im Eco-Modus im Eco-Modus im Sau-Steil-Dorfer das ist echt cool bei den Shimano-Motoren das geht richtig richtig cool und auch coole Alternative zu der Bonale-Straße vor allem in der Früh wo eigentlich der Downhiller noch nicht so munter ist weil der Windspal länger geguckt ist zack, jetzt steht die Wicke auch aber jetzt ist es eigentlich eine coole Sache und jetzt ist man da schon oben auf dem Bonale Hotel genau das ist da hinten ein Bonale Hotel, Bonale Café und da ist jetzt die Baustellung gesperrt da oben war echt cool also Alternative zur Bonale mit dem E-Bike richtig cool der Trail wir sind ungefähr so drei Viertel davon und den Rest haben wir geschoben also wenn einer der Trail technisch richtig gut ist im Abhüll schafft das sicher mehr mit dem E-Bike und auf jeden Fall war es richtig fun auch für die Wicke die Wicke knapp 50 Kilo und das Radl 20 Kilo und da machen wir gar nicht, wenn wir eine bessere Technik nehmen wie gut das da geht, oder? ich hab ja gesagt, es geht vollgas gut ja, das muss man wirklich vollgas üben und das ist jetzt, wo den E-Bike abkommt also echt die Wicke kennt das auch noch gar so mit dem E-Bike das ist aber das erste Mal und es ist dann echt cool, weil man hat halt wirklich ein ganz anderes Einsatzgebiet und die Touren werden anders da also pauschal sagen E-Biken ist jetzt nichts oder so klar da rauf fahren, weil jetzt auch mit ECO das ist halt mehr so Mechanisten fahren ja, das muss ja nicht bei Grundstücken genau, immer mit ECO das ist bei einem Shimano ich hab ja gesagt cool weil der dann immer je mehr Umdrehung, desto mehr Kraft und da fahrt's nicht im Schoder voll wie du ja, ziemlich mal gespannt noch bin ich voll knapp so, wenn wir Höhenmetter jetzt haben 350, schätze ich immer da haben wir 351 und 1.650 und 1.650 ja das ist schon mal das Beste top aus hier oben sehen wir die Steilerstraße ja, hier haben wir auch noch auf 900 herum und jetzt haben es gut gegangen super gegangen ich habe jetzt einen Strich wir haben jetzt etwa 900 Meter absolut Höhe das heißt wir sind knapp 800 und ja ist eigentlich ganz gut gegangen super, ich habe jetzt auch nicht mehr einen Strich aber du hast auch nicht mehr eins weniger oder? genau, aber ich habe noch vier ja genau ich habe auch noch vier ich hätte es doch gelungen, dass du nur noch einen hast nein oh Gott also bei dir sind es wieviel Kilo? ich habe jetzt den Körpergewicht knapp 90 genau mit dem Rucksack mit den oren die Kamera will ich halt auch noch mitgepasse ich schätze 105 alles mit der Anlage im Gewand und ich wäre mit dem Rucksack so 50, 51 also sie sind echt mega super, also ladenlos du hast dann und ich fahre jetzt ohne M oder L Romen also L jetzt genau und ich habe S genau also also ja sind echt mega so füllen wir mal Wasser auf oder? super super oder? also los jetzt geht es auf dem Gipz her ab bei Aldi mit der Gerstrasse und wenn wir hier bunt aufpacken können wir nie auskommen wie gesagt oder? genau Steirer Sein steht auch jetzt vor allem hier sind 100 oder? oder? ja und hier sind auch die ganzen Rehwände oder diese Färste oder die Stadt eigentlich sind mega echt jetzt sind wir ungefähr 11 bis 100 ja 11 bis 100 genau genau ich habe eins weg und habe noch vier aber es ist echt krass super so da ich kriege fast schon wieder es geht echt super zum Auffelfahren wir sind schon relativ weit herum unten sicht man ganz gut den See hier unten ist Hermione das Baldo und Haltissimo das ist der Trail bergauf das Problem ist nur es ist ein Dirm ein bisschen Windwurf drin gewesen also wenn ihr den nachfahrt trachtet ihr nach rechts eine halbe Stunde mehr ins und rüber tragen auch mit E-Bergs ist es ganz gut gegangen aber da gibt es auch die Schuhefunktion wie gesagt ich bin jetzt oben ungefähr 1400 und hua das flimmert recht stark wie seht ihr das da drei Striche noch jetzt werden wir ausgeschwalten und schalten jetzt wieder auf Ecke weil die Zwischstück sind ganz flach gewesen ja schaut sich ganz gut aus und dann schauen wir vielleicht immer die Tour noch weiter wenn wir da einen Akku haben dann hängen wir da noch ein bisschen was dazu und probieren das wirklich aus wie weit das geht also ich bin jetzt den ganzen Abhil mit Unterstützung gefahren außer die Flachstrecken habe ich ausgeschwalten weil da braucht man es echt kaum das fährt sich da super wie gesagt so dann jetzt sind wir kurz vor dem Gipfel ich kriege noch mal alles ein bisschen mehr Spielraum weil die weniger wiegt ich kann die ein bisschen besser da mit einem höheren Stufe das seht ihr geht das echt cool laufen super oder? haben wir es geschafft die Bäume waren ein bisschen rasch aber jetzt ist es vorbei so jetzt sind wir rum oder? ja es war rasch mit den Bäumen wir sind zusammen oder? ich kriege schon die Gipfel wieder aus und die hat echt zu viele Bäume gehabt letztes Jahr von dem Sturm und und am Training ja und am Training ist es ja aber wie gesagt wir sind jetzt hier rum Vicky hat noch drei Stricherl ich habe noch zwei das heißt wir haben noch Reserven und können dann noch was dazu hängen wenn wir wollen also ist das recht gut gegangen es sind jetzt knapp 1500 Höhenmeter auf gewesen und ich bin alles auf Eko gefahren die haben wir nicht einmal in den Trail geschalten also weiß die haben gegangen in den Trail von der Leistung aber lassen wir es ein bisschen wissen also wirklich gut ja jetzt gibt es was zu essen oder? ja 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 Ja! 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 Freilich! Mega! Ja, boah! Ja, boah! Zug in Riva? Gut gegangen. Jetzt haben wir gehabt so 1750 Kilometer. Ich habe jetzt noch zwei Striche vor Fünfe. Wirklich sogar noch drei. Wir sind eigentlich alles auf Ecke gefahren. Richtig cool. Wäre noch was gegangen. Ich muss sagen, wir fahren nach, weil es doch echt viel war. Auf dem Eiffel. Jetzt habe ich ein bisschen wie die Bäume ausschaut. Und wenn wir dann doch noch im Präger sind, damit die einen Ewe geratscht haben wegen der Radl, weil die finden das ganz lustig, die Italiener. Ja, sind wir jetzt auch angefahren. Jetzt ist viel spät. Das müssen jetzt sein. Ja. Fünfe Stunden waren noch höher. Ideal. Nein, es ist echt super gegangen. Also wären fast 2500 Meter möglich. Ja. Auf alle Fälle. Schauen wir mal was wir tun. Ja. Vielleicht fahren wir nur an Winnieberg. Schauen wir mal. Bleibt es dran. Ja. Daumen nach oben. Jetzt gibt es ein Campo Road. Ja. 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 Ja.